ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen test von mir heute gibt es zu sehen die chili spinners von leslie ebenfalls eine neuheit 2014 2015 wie auch alle anderen videos von mir in letzter zeit es sind 25 stück in einer packung und die haben eine gesamt im von 62,5 gramm und sind aber nicht cut 1 wie vielleicht manche denken würden das sind so ja bodenwirbel flotte bien und die haben ein crackling finale wünsche ich viel spaß beim test so so Hier noch ein kurzes Fazit. Wie ihr gesehen habt, machen die Dinger wahnsinnig Spaß. Sind auch meine Meinung nach die aktuell besten Bodenwirbel, die es gibt durch den Crackling-Vorbrenner. Wie ihr aber gesehen habt, funktioniert nicht jedes Crackling am Ende. Das finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem eine Kaufempfehlung. Das war es mit dem Test. Viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Test. Untertitelung des ZDF, 2020